Hallo und herzlich willkommen bei Sky Factory 3 und was machen wir? Was? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur... Ich habe mich übrigens beim letzten Mal tatsächlich getroffen. Ja, ungefähr eine Sekunde nach Aufnahmestopp. Oh! Und eigentlich wollten wir das jetzt nicht mehr machen, weil wir... Weil wir schon fast halb tot waren und nichts zu essen haben. Der kommt, 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 der kommt. Los, im Kreis laufen, im Kreis laufen, im Kreis laufen. Im Kreis laufen. Kreis, Kreis, im Kreis laufen. Das ist fies. Hallo? Ich habe das gesehen. Daneben. Ja, war extra. Ja, noch einmal. So ganz knapp. Knapp daneben. Oh, der war getroffen. Der hat einen Pfeil ins Knie. Au! Oh, ich... Jetzt wollte ich dich gar nicht... Ja, ich wollte eigentlich ein Abenteurer werden. Jetzt habe ich einen Pfeil im Knie, Mann. Und ein Hund auf den Schoß. Ja, Sissi. Habe ich wieder zu laut gelacht, ja. Immer sofort an. Will ich mich trösten oder... Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ja, der Paul hat wahrscheinlich auch immer gedacht, du schreist. Wir haben... Ja, der Paul, der war... Das hat ihm nicht gefallen. So. Hütchen. Wir haben nichts zu fressen, Junge. Mach mal bitte was dagegen. Das wäre echt super. Dich, da hin und sterben. Danke. Dich, da hin und sterben. Geht echt flott mit dem Holz. So, ich wollte... Ich wollte neue... Warum ist es da? Was ist denn hier passiert? Warum ist diese Kiste eigentlich immer so voll? Auch hier 60 Stück kann man davon. Ach, hier ist der halbtote Hagen. Kannst du mal sehen. Mit nur einem Lebenspunkt. Oh. Er ist gestorben. Dass du immer die... die... Hähnchen töten musst. Nee, ich hab den einfach jetzt nur hier wieder ins Gehege gesetzt. Und dann ist er hier gestorben. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ich schwöre, ich hab... Ich schwöre, Alter. Guck bei mir auf den Channel. Oh, es gibt ja noch Kuchen. Ey, der hat den ganzen Kuchen aufgefressen. Guck's dir an. Der hat den ganzen Kuchen aufgefressen. Wir müssen mal neuen Kuchen einsetzen. Oh, zum Glück... Zum Glück war der Sissi jetzt wieder zu viel hier. Ist er wieder abgehauen. Ist immer ein bisschen kompliziert, wenn man einen Hund auf den Schoß hat bei der Aufnahme. Und ich weiß nicht, ob hier noch Kuchen ist. Was genau brauchte man, um das hier zu machen? Dann kriegt er große Augen. Achso, erst mal genau. Erst mal brauchen wir Seeds. Seeds haben wir. Und daraus müssen wir... Hä? Was hab ich denn jetzt hier? ... diese machen. Schade. Oh. War wohl doch nicht so. Ach, nein. Jetzt weiß ich's wieder. Eins, zwei... Dann können wir 32 machen davon, ne? Ich hab gedacht, wir hätten mehr davon. Machen wir mal 32. Da sind keine mehr. Okay. Oh. Mal gucken, was wir zusammenkriegen. So, jetzt haben wir die. Und daraus müssen wir... Hä? So viel Zeug hab ich überhaupt gar nicht. Wieso kann ich das da nicht reinlegen? Tier 1, ne? Ist ich jetzt... Nicht jetzt doof? Genau, Tier 1 und dann... Wie macht man die denn? Ah! Wollten wir nicht den Server neu starten? Ich kann das Hähnchen da nicht reinlegen. Ah, nein. Stimmt. Scheiße. Vier Minuten in der Aufnahme. Wo willst du das reinlegen? Mit dem Ofen. Das steht auf... Alloy. Jetzt kannst du das reinlegen. Haben wir aber tatsächlich vergessen. Gucken, ob hier noch so ein Zeug drin ist. Da sind wir 22. Wie ärgerlich. Jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein mit dem Zeug. Da haben wir nämlich nicht viel von. Ich glaub, das geht langsam zur Neige. Ah, gut. Geht nicht. Sehr gut. Ah, gut, dass da immer so viel dabei rauskommt. Der Monster-Spawner ist richtig geil. Ist richtig geil. Ich kann dir das auch nochmal erklären. Richtig geil. Was machst du da? Was hast du jetzt gerade gemacht? Ich hab nichts gemacht. Laber nicht. Was ist denn Jerky-Nator? Hä? Was? Ich muss mal ausprobieren. Ist voll geil. Hold shift for more info. Keine Ahnung. Kann man damit was machen? Ja, klar. Nee. Der macht hier so... Wir müssen zu einer Kuh hingehen. Ja, ich würde jetzt nicht nur Kuh kaputt machen. Hier ist ein Hühnchen. Ja. Hier ist ein Schaf. Kann ich da bestimmt auch am Schaf, oder? Macht nix. Except Booth. Hä? Wo ist denn die zweite Kuh? Zombie-Jerky. Was hast du mit? Ach, da. Rabbit-Fisch. Monster-Steak. Ich hab keine Ahnung, was man damit macht. Ehrlich nicht. Ja, Kuh züchten, äh, Kühe, 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 äh, züchten können wir auch mal. Ich hab Schuhe. Ach so, Schubladenschlüssel, okay. Was ist das? Ich mach jetzt mal das Seeds machen hier. Keine Ahnung. Wie... Die ganzen Schafs, die ganze hier. Ach so, die war mit dem Stein, okay. Mach direkt, direkt, direkt so. Den hatten wir schon aufgemacht, ne? Kann ich vielleicht gleich direkt neu holen. Item-Translocator. Aha. Was? Ein Item-Translocator. Ein Item-Translocator. Aber das sind Infernium-Seeds. Was sind denn jetzt Infernium-Seeds? Wo hab ich denn Infernium-Seeds her? Ich wollte Crafting-2-Seeds haben. Ich hab... Infernium-Seeds. Ich hab irgendwas grundsätzlich... So weit von falsch gemacht. Tier 1. Ach, die sind da. Warum hab ich Infernium-Seeds? Wie bin ich da dran gekommen? Ich weiß nicht, was ich hier und wieder getan hab. Ich auch nicht. Hast du eigentlich noch dein Würmer-Problem? Was für ein Problem? Dein Würmer-Problem. Was? Was? Alter, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Scheiße. Ich will das nicht. Bakinator, was mach ich denn damit hier mit dem Kack? Keine Ahnung. Hier, das kommt jetzt da rein. Geh doch, egal. So. Ich bekomm mir mit meinen Scheiß-Seeds nicht klar und du nervst mich. Echt jetzt. Wo ist denn das ganze Gammelfleisch hin? Ich brauch mehr von dem... Zeug. Viel mehr. Guck mal, hier haben wir auch noch ein paar. Guck mal, alles die meint. Geh mir nicht auf den Sack. Guck mal, elektrischer Stahl. Eins, zwei, drei, vier. Elektrischer? Was denn? Nein, ich brauchte da anderen. War so komisch. Komischer Stahl. Wenn ich den jetzt... Und dann so... Nö. Scheiße. Tier 1 hab ich. Und so wär ein Tier 2 da draus. Ach so, mit den... Okay, scheiße. Da kann ich ja nur 16 machen. Was kann man damit machen? Ich wollte eskalieren. Was? Ein French? Ja. Diese Sachen Frenchen. Ich hab hier noch was, was vielleicht brauchbar wäre für dich jetzt. Was ist das denn? Dann brauchen wir nachher wahrscheinlich noch mehr davon, ne? Wenn ich jetzt... Scheiße. Wenn ich jetzt echt so mach, dann hab ich die Tier 2 Dinger. Welcome to Potania 1. Boah, ich brauch noch mal welche davon. Scheiße. Schöne. Du und der feinste Wahl, ein Sampling und ein Buch zusammen sind nur dieses... Was? Tau? In der Schäfte. Was? Lavast du da? Whichever applies. Du kannst dieses Buch navigieren, indem du die Eros an der Bote der Seite deiner Mose will oder die Eros-Keys in deinem Keyboard. Alles gut bei dir? Ey, wir haben eine Leine! Ja. Komm. Was? Jetzt hab ich dieses verkackte Buch. Was? Du weißt, dass das mehrere Seiten hat, ja? Ich lese das doch nicht alles vor. Warum denn nicht? Ich kann es nicht vorlesen. Ich hab Kartoffeln. Was kann ich mit Kartoffeln machen? Kann ich die auch irgendwie kochen oder so? Du könntest mir nicht damit auf den Sack gehen. Ja, koch die. Apropos kochen. Danke. Schwarz? Aha. Schwarz-Eichen. 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 Machen wir jetzt mal jetzt. Just for fun mache ich das jetzt mal hier. Bitte schön. Kannst mal gucken, was ich hier gemacht habe. Was? Ach, Kacke. Dafür brauche ich. Für einen brauche ich tatsächlich. Ja, das hat uns ja jetzt richtig weit gebracht, ne? Weil wir so viel Kupfer haben. Ich. Patrick. Ja, ha? Kannst du mir nicht mal einen Zombie-Kopf besorgen? Ach, wenn es sein muss. Ey, das wäre richtig cool. Also dann wärst du echt der coolste für diese Folge. Vielleicht ist da ja schon wieder kupfertechnisch was drin. Ich hab ja hier... Äh, ich glaub wir haben, wir kriegen aus dieser Art von Sieberei kein Kupfer, oder? Was? Kriegen wir hier Kupfer? Wo? Hier hinten bei der Sieberei. Sieberei? Ne. Aber vielleicht aus einem Huhn. Du könntest mal einen Kupferhuhn machen. Kupferhuhn. Ja, komm. Das ist mal... Das könnte man ja mal gucken hier, ne? Das wär mal geil. Ja. Kupferhuhn. Kupferhuhn. Äh, erstmal finden. Weißer. Ehrlich, ey. Eisen. Machen wir mal Kupfer. Wenn ich das jetzt einfach so schreibe. Oh ja. Kupferhuhn. Hier. Ein gelbes Huhn und ein kakaobraunes Huhn. Ein gelbes haben wir ja schon. Also ein kakaobraunes Huhn. Dafür brauchen wir ein grünes Huhn und ein rotes Huhn. Ein rotes Huhn haben wir schon. Also brauchen wir noch ein grünes Huhn und ein grünes Huhn. Wir brauchen ein grünes Huhn. Alter. Alter. Wie kriege ich denn jetzt ein grünes Huhn hin? Dann brauchst du ja nur grünen Dei. Dabei fällt mir auch so auf, wir haben keine Kakteen, ne? Wo kriegen wir denn ein Kaktus-Saatgut her? Oder sowas in der Art. Wo kriegt man ein Kaktus her? Ich weiß, dass man hier an Kakteen drankommt. Oder, Entschuldigung, ich wollte das nicht falsch sagen. Kaktusse. Jedes Mal so zucken so. Ich bräuchte was Grünes für ein grünes Huhn. Was Grünes? Ich könnte mir die Nase schnaufen. Könnte klappen. Farbstoff, Blumpulver, Grünes Blumpulver oder grüner Farbstoff? Ja, Kaktus. Ich weiß, dass man an Kaktus drankommt hier. Blatze, also. Ja. Muss man Erde sieben, dass man... Guck mal, Mesh, ob man da an Kaktus-Scheiß kommt. Erde, Gras, Potato, Karotten, Sugar, Oak, Spons, Birk, Jungle, Akazie, Pumpkin, Melone, Seed, Stone... Da ist auch nix, Kaktus. Ach, es wachst ja doch endlich. Irgendwo muss Kaktus bei rauskommen. Ja, in den Blutbeuteln könnte natürlich auch mal sowas drin sein. Sponsch. Wo kriegt man denn Sponsch her? Jetzt mal ehrlich. Sponsch? Ja, man kann Sponsch auch sieben. Da kriegst du auch dann einige Sachen raus. Aber wo kriegt man denn Sponsch her? So grundsätzlich mal gesehen. Kaktus aus Sand durch ein Stringsieb. Die haben den noch nicht? Ja, ein String haben wir, ne? Komisch. Und Sand? Wir haben kein Kaktus. Nö. Hier oben ist dann die Wahrscheinlichkeit. Ach, hier ist doch Kaktus. Ja. Du hast Kaktus? Wo bist du? Wo ist er? Okay, aber mit dem Seed kann ich nix anfangen. Wieso nicht? Weil ich ja jetzt einen Kaktus brauche daraus. Du kannst hier doch einpflanzen. Ja, ja, ja. Das schon. Ich gucke nur gerade, wo ich das machen könnte. Ist das hier irgendwie... Das ist Erde. Ich mache jetzt Sand. Ich mache jetzt Sand. Ah! Da schau her. Eigentlich brauche ich die nicht mehr, ne? Nicht mehr so drin. Dann mach doch hier... Dann mach doch hier... Einmal so. Oha. Toll. Nebeneinander kannst du die nicht pflanzen. Warum hast du jetzt nicht beim ersten angefangen, damit du mehr draufkriegst? Aber, ja. Wäre ja nur so eine Idee gewesen. Verstehst du, was ich meine, ne? Ja, ist nicht schlimm, weil ich kann ja... Ne, ich kann die nicht mehr daneben setzen. Kotzst du hier so hin? Zuckerrohr. Zuckerrohr. So, und die muss ich ja jetzt eigentlich nur abbauen, ne? Ja, ich würde sie erst mal wachsen lassen, damit du auch noch im Nachhinein vielleicht ein bisschen Kaktus kriegst. Ich mach dir das mal eben. Dann kannst du da auch noch einen einpflanzen. Cool, ne? Ja. Aber theoretisch haben wir ja noch Kaktusseeds. Also einen Dye könntest du dir schon mal machen. Soll ich dir den mal eben erkräften? Oh, Kaktusjuice. Kaktusjuice wollen wir nicht. Ich glaube, der muss in den Ofen, ja? Ja, sieht so aus. Grüne Farbstoff, sehr schön. Acht Stück. Könnte man da nicht sogar noch was draus machen? Wie viel kriege ich denn da raus? Du brauchst doch einer... Achso, du musst acht haben. Stimmt. Ja. Ja, dann leg ich den wieder da rein und du wartest, bis der andere Kaktus gewachsen ist. Da kannst du ja nur einen einpflanzen hier. Du hast ja noch genug Saat. Du, ne? Können wir hier noch welche dran setzen? Da ist sowieso nichts. Ah, ja. Das war wieder sehr schlau. Du verstehst es nicht, ne? Wie lange dauert das denn? Ah, so, das wird jetzt einfach so eine Weile dauern, wie mit den Dingern hier, ne? Sogar Rohr. Nee, bei denen musst du dich da vorstellen und so machen. Verdammt, ich hab keine Pfeile. Wieso hab ich keine Pfeile? Was wolltest du noch mal? Ein Zombie-Kopf, ne? Alter! Willst du mich verkackeiern? Weißt du? Ich will dir jetzt hier einen Zombie-Kopf holen und der schießt mich ab. Da sind keine Zombie-Köpfe drin. Du musst die selber machen. Aha. Wieso muss ich die Zombie-Köpfe selber machen? Ja, weiß ich nicht. Die sind da nicht drin, irgendwie. Du musst die hauen, die Zombies. Dann kriegst du den Kopf. So fallen da irgendwie keine rein. Glaube ich. Wolltest du ein Hähnchen? Hähnchen? Oh, nö, gerade nicht. Hast du keinen Hunger? Nö. Hähnchen macht mehr satt. Du hast da einen Pfeil in der Hand. Komisch. Oh, jo. Ja, komischerweise bewegt sich dein Arm, aber der Pfeil bleibt... ist weg. Jo. Die wollen nicht. Oh, der geht nur im Vierer, ne? Wobei der da, den Großen, der geht auch als Einer, ne? Aber die gehen, glaube ich, nur im Vierer-Verbund. Ach so, okay. Ich hatte leider nur zwei. Ja, echt? Nur zwei? Dark Oak? Ja. Da... Nee, Oak Seed. Das hat nur... Das ist kein Dark. Dark Oak. Noch zwei? Hab ich. Dann... Ich... ... ... ... ... Okay, war eine schlechte Idee Hat auch nicht funktioniert Irgendwie Da war mein Baum besser Auf dem du mal standest Du musst kacken Ja, ganz dringend Ganz dringend Ist das alles? Wie ist das alles? Was er denn erwartet? Nicht so kleinen Pimmeldingsbums stumpf hier Guck mal, wie wenig das ist Ja, mach einen neuen Jungle? Warum Jungle? Das ist gut geklappt, ne? Warum fliegen so Jungle Saplings an? So aus Versehen halt Wieso machst du die Leiter nicht fertig? Weil du die hast Du kannst ja viel erzählen So, ich gehe nochmal gucken Vielleicht haben wir ja endlich Glück mit den Nähtauchhuhn Gucke Bis das Kaktuszeug dafür, dass grüne Huhn fertig ist Oder was ich da auch immer machen wollte Grünes Huhn Da unten ist schon wieder einer Welten Mom Hat ein Kaktus eigentlich irgendwas mit blöden Mädchen zu tun? Nur wenn es mehrere sind Sind das da Kaktussen? Genau Kriegen wir bestimmt Ärger irgendwie Geil Dieser Ghost Oder wie der auf sich immer schimpft Der hatte Guckeleis Oh cool Kein Huhn, ey Ich gehe kaputt Ehrlich Tja Da könnte auch mal ruhig irgendeiner einen Tipp zu geben, ja? Aber da Hast du mir jetzt so einen Kopf besorgt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich mache das mal selber Ich habe hier Schweinezombies, ne? Vielleicht haben die ja sowas Wahrscheinlich nur ein Selbstmord, um hier jetzt anzugreifen Ah, die Ventilatoren sind gar nicht an, ne? Okay Achso, ja, ich hatte die vorhin ausgemacht Weil ich wollte die ja gerade kaputt schießen alle Beziehungsweise kaputt schlagen Dann hast du mich ja angegriffen Ich brauche eigentlich nur, äh Interessiere mich eigentlich auch nur für Aua Arsch Nur den Kopf, den müsste man nachher versuchen Aua, jetzt hör auf Wo steckst du? Ich weiß, dass du irgendwo bist Wo hast du dich versteckt? Findest mich nie Ich muss erst mal wieder was essen hier Du schießt mich schon wieder halb tot Kleiner Drecksack Was denn? Was denn? Hey, Junge, Vorsicht Echt? Hier gibt es keinen Netz und doppelten Boden Entschuldigung, eigentlich wollte ich dich gar nicht abschießen Ihr habt mich nur erschreut, dass du da um die Ecke kamst Ach, jetzt spawnt keine mehr, ne? Vielleicht habe ich ja, vielleicht habe ich ja schon Glück gehabt Ich habe zwei, drei Stück im Arsch gemacht Ne, sieht nicht so aus Aber jetzt sind schon wieder zwei Würfel da Ah, das sind dann drei Machen wir vielleicht so, weiß ich nicht bei Für die nächste Challenge Bei mehr Wenn jeder fünf mindestens hat, denke ich mal Ja Zombikopf Aber wir sind Hast du jetzt Hast du jetzt die Ventilatoren angemacht? Nein Lass sie erstmal aus Dann, wenn welches spawnen, kann man die platt machen Aber wir könnten jetzt eigentlich den Server neu starten Ja, das machen wir jetzt Und dann mal gucken, ob diese komischen Dinger dann wieder funktionieren Vielleicht, vielleicht auch nicht Mal sehen Alles klar Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge Wenn es heißt, es explodiert alles Genau Wie ein Hähnchen verknockt Bis dahin Mit dem Hähnchen? Guck mal hier Mit dem Was ist denn das hier? Jerky Jerky Monster Jerky Ja, alles klar Daumen hoch Wer eine Freude Super Bis dahin Tschüss Tschüss